Ja, hier ist der Razer mal, nach einer Woche mal wieder. Ich wollte eigentlich nur kurz ein Lebenszeichen von mir geben und mal so erzählen, was Sache ist. Und zwar, ähm, habe ich ja letztes Mal, also vor einer Woche schon gesagt, dass jetzt im nächsten Tag keine Videos kommen werden. Und das ist jetzt auch geschehen. Allerdings gibt es voraussichtlich diese Woche eventuell Banished. Mal gucken, ob ich das schaffe bis dahin irgendwie. Ansonsten gibt es auf jeden Fall ab Dienstag die erste Folge von Minecraft Staffel 2. Ähm, der PC, ich habe die Karte schlussendlich selber einbauen können mit ein bisschen Razer-Gewalt. Da ging das, also ein bisschen Gehäuse aufmachen, Festplattenhalter, bisschen drehen, biegen. Also ich habe es noch nicht verbogen, bisschen gedreht und da hat die Karte reingepasst. Kein Problem. Einfach mal ein bisschen drehen und dann passt die Karte schon rein. Problem ist jetzt, dass sie zu wenig Strom bekommt. Das Netz hat genug Watt, aber ich habe nur, also ich habe nicht die Kabel für die Stromzufuhr. Und so, also die Karte funktioniert auch. Ich habe damit auch ein bisschen Farcplay gespielt. Allerdings ist das ja nicht so geil, wenn die Karte nicht so viel Power hat, wie sie haben sollte. Und deswegen habe ich mir jetzt ein Kabel bestellt, was ich dann verbinden werde mit meiner Grafikkarte, dass sie dann auf Feuerleistung laufen kann. Und dann möchte ich erst wieder aufnehmen, dass wir da gar nicht erst wieder rummachen mit irgendwie funktioniert dich und blablabla. Ich hätte eigentlich auch schon am Samstag auf, ich hätte eigentlich die ganze Woche aufnehmen können. Aber dann dachte ich mir so, jetzt mache ich es einmal gescheit und nehme dann die erste Folge von Staffel 2 auf, dass wir da nicht in der ersten Folge gleich da Probleme bekommen. Außerdem sollte es echt überhaupt nicht gut sein, wenn die Karte nicht die genügend der Zufuhr bekommt an Kabeln, wie sie bekommen soll. So, ich rede schon wieder knapp zwei Minuten. Einmal nur kurz ein Lebenszeichen. Wenn morgen, also morgen soll das Kabel anscheinend kommen, sagt mir Amazon, also der Händler von Amazon. Ich hoffe, das kommt aber eigentlich schon heute kommen, aber irgendwie, ne, irgendwie nicht so. Naja, auf jeden Fall, das war der Razer. Ab Dienstag geht es dann los mit Minecraft. Eventuell schon davor wieder Banished, aber ihr wisst ja, Banished ist und bleibt für mich ein Projekt, was ich, ja, naja. Naja gut, ich würde sagen, auf GTA 5 und Verschiebung gehe ich gar nicht erst ein. Da gehe ich dann auf die erste Folge von Staffel 2 ein, wenn ich es nicht vergesse. Dann können wir da nochmal genug in Ruhe quatschen. Dann, ne, ich sage da meine Meinung gar nicht zu, da habe ich jetzt gar keinen Bock, das noch groß zu entfalten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in Minecraft Staffel 2 oder in Banished. Bis dahin, hol da rein, macht's gut, ciao.